Was erzählst du mir denn Süßes? Was erzählst du mir Süßes? Du willst ein Fügel ein Ernestlein bauen? Aber nicht hier im Atelier. Nein, wenn ich dann die Tür zumach, kannst du gar nicht mehr wegfliegen Süße. Ein Stockwerk höher, ne? Ja, 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 ja. Ist das nicht herrlich? Eine wunderbare Schöpfung. Sie hat so einen wunderschönen roten Hals. Und sie sieht aus, als hätte sie einen weißen Smokiner. Und sie ist überhaupt nicht scheu. Wenn ich wegfahre, dann muss ich sie quasi mit dem Besen ein wenig herausstupsen aus dem Haus. Was erzählst du mir? Oh ja, ist schön hier, ne? Schön! Schön! Was erzählst du denn Schönes? Hier! Ah! So, ja, 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 ja! Aha! Ja, uuuuuh! Hahaha! Sie sind herrlich! Guck mal hier! Hier kommt sie durchgeflogen. Durch das Tor. Und dann setzt sie sich da aufs Kabel. Jetzt ist sie wieder weg. Und wenn ich flöte, kommt sie wieder. Wunderschön! ein beverigeretzerkonglsuritorarloszu. Kannusedere weggerätseln意思? Untertitelung des ZDF, 2020